19. Andi umklammerte ihren Arm so fest, dass sie blaue Flecken zurückbehalten würde. Aber der Schmerz half ihr auf paradoxe Weise, sich zu beherrschen. Außerdem war es sinnvoll, dass er sie zurückhielt, ehe sie etwas sehr Dummes tat, wie sich zum Beispiel unbewaffnet auf diese Mistkerle zu stürzen. 20. Ihr Herz schlug so laut und schnell, dass es in ihren Ohren rauschte. Aber langsam gewann ihr Verstand wieder die Oberhand. Während in ihr noch die Angst um Dom tobte und sie das Gefühl hatte, den Kampf gegen die Übelkeit zu verlieren, registrierte ihr Unterbewusstsein bereits Dinge, die ihr zuvor verborgen geblieben waren. 21. Keiner ihrer Begleiter hatte bisher ein Wort gesagt, sondern sie hatten die Ereignisse kühl verfolgt und durch Körperhaltung und Mimik eine Mischung aus Arroganz und Ärger ausgestrahlt. 22. Nun schien Andis Aufmerksamkeit etwas anderem zu gelten. 23. Das leichte Neigen seines Kopfes fiel kaum auf, beinhaltete aber für irgendjemanden, den Samira nicht erkennen konnte, eine unmissverständliche Aufforderung. 24. Fragen konnte sie Andi kaum, obwohl sie es brennend interessiert hätte, mit wem er stumm kommunizierte. 25. Von dem Jeep, in den sie Dom geworfen hatten, war nichts mehr zu sehen. Er hatte das Flughafengelände in einem atemberaubenden Tempo verlassen. 25. Lass mich los, ich bin wieder dabei. 26. Andi sah sie nicht an, löste aber den festen Griff. 27. Im Moment zählt nur, dass er noch lebt. 27. Samira presste die Lippen fest aufeinander. 28. Der Schlag war brutal gewesen. Blut war Dom übers Gesicht geflossen. 29. Kreidebleich hatte er am Boden gelegen. 29. Energisch verbot sie sich jeden weiteren Gedanken an mögliche Verletzungen. 30. Wenn sie ihm helfen wollte, musste sie sich schleunigst auf ihre Aufgabe und ihre Fähigkeiten besinnen. 30. Sie warf den Kopf in den Nacken und blickte dem Anführer der Angreifer direkt in die Augen. 31. Sie haben einen Fehler begangen. 31. Ich kann ihnen die Gewehre beschaffen, aber mein Boss ist für die ganze finanzielle Abwicklung zuständig. 32. Ohne bestätigten Zahlungseingang, keine Ware und – sie deutete auf Andi und Murat – auch keine Ausbildung für ihre Männer. 33. Murat, der Einzige, der neben ihr fließend Pashtu sprach, baute sich direkt neben ihr auf. 34. Es geht nicht nur um das Geld auf unserem Konto. 35. Er ist auch ein Freund. Stellen Sie besser sicher, dass er überlebt und ordentlich behandelt wird. 35. Sonst demonstrieren wir Ihnen gern unsere Fähigkeiten. 36. Und glauben Sie mir eins. Wir werden Sie finden. 37. An jedem Ort der Welt. 37. Zumindest wich der Kerl etwas zurück und ein merkwürdiger Ausdruck zeigte sich auf seinem Gesicht. 38. Angst? Unsicherheit? 39. Ich habe auch meine Anweisungen. 40. Wenn jeder seinen Part liefert, gehen wir als Freunde auseinander. 41. Betrachten Sie Ihren Boss so lange als unseren Gast? 41. Die Reaktion des Mannes gefiel Samira nicht. 41. Was er sagte, konnte durchaus bedeuten, dass es ursprünglich gar nicht vorgesehen war, dass Dom die nächsten Stunden überlebte. 42. Der Kerl wandte sich ab und winkte einen seiner Männer her. 42. Sag ihnen, Sie sollen ihn noch leben lassen, bis Sie etwas anderes hören, befahl er auf Farsi. 43. Samira biss die Zähne so fest zusammen, dass ihr Kiefer schmerzhaft pochte, um sich nicht anmerken zu lassen, dass sie jedes Wort verstanden hatte. 43. Wie geht's weiter? fragte Andi. Seine Stimme war genauso kalt wie sein Blick. 44. Der Anführer fuhr sich mit der Hand über die Stirn. 45. Dann streckte er die Hand aus und erhielt von einem seiner Männer ein mobiles Navigationsgerät. 45. Hier ist Ihr Zielort gespeichert. Begeben Sie sich direkt dorthin. 46. Keine Umwege. Mit niemandem Kontakt aufnehmen. Ihre Waffen können Sie behalten. Ihre Handys geben Sie mir. Sie bekommen sie später zurück. 46. Andi nahm ihm wortlos das Navigationsgerät aus der Hand und reichte ihm dafür sein Handy. 47. Auch Samira und Murat trennten sich widerstandslos von ihren Mobiltelefonen. 47. Keines enthielt verräterische Daten oder Rufnummern. Dafür hatten sie bereits vor Antritt ihrer Reise gesorgt. 48. Ohne die Männer. Geschweige denn, die immer noch auf sie gerichteten Waffen weiter zu beachten, gingen sie auf das Flughafengebäude zu. 49. Eigentlich hätte der Überfall Aufsehen erregen müssen. Aber niemand schien sich für den Zwischenfall zu interessieren. 50. Sich umzudrehen wäre ein Zeichen von Schwäche gewesen. Trotzdem hätte Samira zu gern gewusst, ob Raymond und der Co-Pilot Zeuge dieses Empfangs geworden waren. 50. Die Chancen dafür standen recht gut. Aber würden die beiden die Möglichkeit haben, Luke zu informieren? 50. Samira seufzte. Weiter über Fragen nachzudenken, deren Antworten sie nicht bekommen würde, half ihr nicht. Während des Fluges hatte Murat erwähnt, dass ein Freund oder Bekannter von ihm für ausreichend Fahrzeuge sorgen wollte. 50. Samira konnte es nicht erwarten, endlich ungestört mit Andi und Murat reden zu können. 50. Vielleicht würde sie dann endlich Clara sehen. 51. Im Inneren des Flughafengebäudes herrschte das typische Gedränge wie auf jedem Airport der Welt. 51. Ein junger Afghane rempelte Andi an und entschuldigte sich wortreich, ehe er weiter eilte. 52. Wenige Sekunden später setzte sich der deutsche Offizier an die Spitze ihrer kleinen Gruppe. 53. Als sie das Gebäude verließen, hielt er einen Wagenschlüssel in der Hand und blickte sich suchend um, ehe er einen fast neuen Toyota-Geländewagen ansteuerte, dessen Scheinwerfer blinkten, als er auf die Fernbedienung drückte. 53. Ein Wagen reicht, erklärte er ohne langsamer zu werden. 54. Es war überflüssig zu erwähnen, dass nur deshalb ein Fahrzeug ausreichte, weil sie nur noch zu dritt waren. 54. Wieder durchfuhr Samira ein scharfer Schmerz in der Magengegend, und sie hätte sich am liebsten zusammengekrümmt. 55. Sollte sie jemals an ihren Gefühlen für Dom gezweifelt haben, so war sie sich jetzt absolut sicher. 56. Sie wusste nicht, wie sie ohne ihn weiterleben sollte. 56. Es durfte ihm einfach nichts passieren. 57. Nachdem sie ihr Gepäck im Kofferraum verstaut hatten, betrachtete Andi das Navigationsgerät. 57. Die Fahrzeit beträgt zwischen drei und vier Stunden. 58. Er runzelte die Stirn, tippte warnend auf das Gehäuse und anschließend kurz auf sein Ohr. 59. Das hatte Samira befürchtet. 59. Das kleine Gerät würde nicht nur ihren Weg über GPS verfolgen, sondern konnte auch Gespräche abhören. 60. Für einige Sekunden sah Andi Samira so mitfühlend an, dass ihr beinahe die Tränen kamen. 60. Dann legte er ihr eine Hand auf den Rücken. 61. In spätestens zwei Stunden machen wir eine Pause. 62. Wir haben genug Wasser und Vorräte im Kofferraum. 61. Mach dir keine Sorgen. So schlecht sind unsere Vorbereitungen nicht gewesen. 62. Demonstrativ hielt er den Wagenschlüssel kurz hoch, ehe er ihr die hintere Tür öffnete. 63. Das bedeutete dann wohl, dass sie sich nicht nur eingebildet hatte, dass Andi auf dem Flughafengelände mit irgendjemandem stumme Botschaften ausgetauscht hatte. 64. Im nächsten Moment begriff sie auch, warum Andi ihr den Wagenschlüssel gezeigt hatte. 64. Den hatte er kaum in Kalifornien bekommen, sondern der Zusammenstoß mit dem jungen Afghanen. 64. Anscheinend hatten sie doch noch ein paar Trümpfe in der Hinterhand, von denen ihr Gegner nichts wissen konnte. 65. Das war nicht viel, aber immerhin ein Hoffnungsschimmer. 66. Schon nach kurzer Zeit befuhren sie eine Straße, die sie mitten durch die wüstenartige Gegend führte. 66. Kein Grün. Keine Häuser. Wenig Verkehr. 67. Nur ab und zu begegneten sie klapprigen Lastwagen, auf deren Ladeflächen Kisten in abenteuerlichen Stapeln standen und meistens auch noch einige Mitfahrer saßen. 67. Andi behielt ein für die Straßenverhältnisse recht hohes Tempo bei, überholte sofort jedes Fahrzeug, das langsamer unterwegs war, und schien einen eigenen Plan zu verfolgen, den Samira leider nicht kannte. 68. Auf dem Beifahrersitz hatte es sich Murat bequem gemacht. 69. In regelmäßigen Abständen blickte er auf seine Ohr. Eine gewisse Spannung war ihm anzumerken, und er machte den Eindruck, als wartete er auf etwas. 69. Trotzdem nahm er sich die Zeit, sich kurz zu Samira umzudrehen und ihr beruhigend zuzulächeln. 69. Jetzt war Samira absolut sicher. 69. Irgendwas war ihr bei dem Überfall entgangen. Vermutlich, weil sie sich zu sehr auf Dom konzentriert hatte. 70. Soviel zum Thema professionelles Verhalten. 71. Wenn sie Dom helfen wollte, durfte sie sich nicht noch einmal von der Angst um ihn derart beherrschen lassen. 71. Soweit die Theorie. Leider hatte sie keine Ahnung, wie sie das in der Praxis hinbekommen sollte. 71. Allerdings war es ihr in Kalifornien durchaus gelungen, als plötzlich ungebetener Besuch in ihrem Hotelzimmer aufgetaucht war. 71. Samira schaffte es, Murats Lächeln zu erwidern, und er nickte zufrieden. 71. Na also, das war doch ein Anfang. 71. Da vorn kommt gleich ein Stück Straße, das so gut ausgebaut ist, dass du mit deiner Trödelei aufhören und ordentlich Gas geben kannst, kündigte Murat an. 71. Andi grinste schief. 72. Trödelei? Aber gut. Wenn wir mit einem Achsbruch liegen bleiben, schiebst du uns bis zur nächsten Werkstatt. 73. Allein. 74. Samira hätte zu gern gewusst, warum sie so rasten. Aber da sie nicht offen nachfragen konnte, musste sie eben abwarten. 74. Dass jemand hinter ihnen her war, schloss sie aus. Sie hatte sich wiederholt umgedreht. 75. Außerdem war eine Verfolgung überflüssig, solange ihre Gegner ihren Weg per GPS nachvollziehen konnten. 75. Andi schaffte es tatsächlich, das Tempo weiter zu verschärfen. 75. Ein ums andere Mal packte er das Lenkrad fester. 75. Samira wurde auf ihrem Sitz hin und her geworfen, aber sie beschwerte sich nicht. 76. Die wilde Fahrt lenkte sie wenigstens etwas ab. 76. Wenn sie nicht gerade gegen die Fliehkräfte ankämpfte, dachte sie über das Vorgehen ihrer Gegner nach. 76. Zugegebenermaßen verhielten sie sich äußerst professionell. 76. Darin lag jedoch auch eine gewisse Überheblichkeit, die sie vielleicht ausnutzen konnten. 77. Nach gut zwei Stunden wandte sich Murat erneut zu ihr um. 77. Mit geröteten Wangen deutete er auf ihre Jeans. 77. Zunächst verstand sie nicht. 78. Dann zielte er mit ausgestrecktem Finger auf die Stelle zwischen ihren Beinen und verzog den Mund. 78. Endlich begriff sie seine Forderung und wusste auch, warum er so verlegen aussah. 79. Männer. Als ob sie gerade keine anderen Probleme hatten. 79. Wie sieht's mit einer Pause aus, Andi? 80. Ich müsste mal dringend. Na, na, du weißt schon. 80. Andi nickte sofort. 80. Da hinten sieht's nach einem verfallenen Gebäude aus. 80. Geht's noch so lange? 80. Es sei denn, du willst direkt am Straßenrand. 81. Nein, nein, fahr ruhig weiter. Auf ein paar Minuten kommt's auch nicht an. 81. Murat signalisierte mit erhobenem Daumen, dass sie die richtige Antwort für ihre Zuhörer gegeben hatte. 81. Samira sah zwar weit und breit keinen Ort, auf den Andis Beschreibung zutraf, 81. Aber er wusste hoffentlich, wovon er sprach. 82. Nach einer langgezogenen Kurve entdeckte sie schließlich das Gebäude, das Andi gemeint haben musste. 83. Eigentlich waren es nur halbhohe Mauern in Form eines Rechtecks. 84. Erst kurz vor dem Ziel bremste Andi scharf ab und wirkte mit einem Mal besorgt. 85. Der Seitenblick, den er Murat zuwarf, sprach für sich, und auch Murat war die deutliche Anspannung anzumerken. 85. Offenbar hatten sie hier jemanden erwartet, der nun nicht da war. 86. Samira konnte ihre Ungeduld nicht länger zügeln. 87. Sie wartete, bis der Wagen nur noch rollte, stieß die Tür auf und sprang nach draußen. 87. Mit ihrer Waffe in der Hand drehte sie sich einmal um sich selbst. 88. Nichts. Niemand. 89. Anscheinend war wieder mal etwas gründlich schiefgegangen. 89. Verdammt! 89. Sie brauchte dringend einen Moment für sich, ehe sie die fälligen Antworten verlangte. 90. Andi kam bereits auf sie zu, aber sie signalisierte ihm, dass sie kurz zur Rückseite der Ruine gehen würde. 90. Dort wäre sie ungestört und musste sich nicht vor den Männern zusammenreißen. 90. Auch wenn es nur für einige Augenblicke war, wollte sie sich diese Auszeit gönnen. 90. Murat und Andi blieben neben dem Toyota stehen. 91. Samira ging auf die Mauern aus grobem Stein zu, hielt dann aber inne und runzelte die Stirn. 91. Es war weder etwas zu hören noch zu sehen. 91. Dennoch hatte sie plötzlich das Gefühl, nicht allein zu sein. 91. Automatisch griff sie nach ihrer Pistole und sprang, wie sie es gelernt hatte, mit vorgehaltener Waffe um die Ecke. 92. Leider kannte ihr unsichtbarer Gegner die Tricks ihrer Ausbilder. 93. Ehe sie ihn überhaupt erkannt hatte, wurde ihr die Waffe aus der Hand geschlagen. 94. Instinktiv sprang sie zurück und konnte so einem Tritt ausweichen, der sie zu Fall gebracht hätte. 94. Sie wollte sich auf ihren Angreifer stürzen, wurde aber von hinten an der Schulter gepackt und zurückgehalten. 94. Hey! Könnt ihr euch bitte zunächst mal wie zivilisierte Menschen vorstellen und dann erst umbringen? 95. Andi war eine gewisse Belustigung anzuhören. 95. Tief durchatmend betrachtete Samira den Mann, der vor ihr stand, genauer. 95. Er grinste breit und hielt ihr ihre Waffe hin. 95. Er konnte sowohl Afghane als auch Europäer sein, trug Tarnhose und T-Shirt sowie am Oberschenkel ein Halfter für seine Pistole, wie Samira es von Soldaten kannte. 95. Wortlos nahm sie ihm ihre Waffe aus der Hand und nickte knapp. 96. Wenn er sich nicht gerade im Nahkampf mit ihr befand, sah er mit den dunklen Haaren und den braunen Augen ausgesprochen gut aus. 96. Hätte ich ja getan, wenn ich nicht befürchtet hätte, dass eure Begleiterin mich vorher umbringt. 97. Schön, dich zu sehen, mein Freund. 97. Andi und der Unbekannte umarmten sich herzlich. 98. Dann hatte auch Murat sie erreicht. 98. Als der Mann ihn bemerkte, sahen die beiden sich einige Sekunden nur stumm an. 98. Die Begrüßung, die dann folgte, wirkte, als sei ein langvermister Bruder heimgekehrt. 98. Die Versuchung war groß, sofort nachzufragen, aber Andi zog Samira bereits energisch mit sich. 99. Lassen wir ihnen ein paar Minuten. 99. Die Gefühle der Männer, die diese überraschend offen zeigten, ließ Samira nicht unberührt, sodass sie Andi bereitwillig folgte. 99. Sie suchten sich auf der anderen Seite des Gebäudes eine schattige Stelle und Andi blickte sehnsüchtig zum Wagen hinüber. 99. Die Klimaanlage wäre natürlich schöner, aber wenigstens sind wir hier ungestört. 99. Ich denke, 30 Minuten können wir warten, ohne diese Mistkerle misstrauisch zu machen. 99. Falls du es noch nicht erraten hast, der Mann, mit dem du dich angelegt hast, ist Hamid Kazim. 99. Murat war früher so etwas wie sein Stellvertreter. 99. Einige bezeichnen Hamid als Taliban, aber das ist Schwachsinn. 99. Er ist nur der Anführer eines Dorfes und tut einiges dafür, dass seine Leute in Sicherheit und relativem Frieden leben. 99. Hamid ist der beste Freund und Verbündete, den wir uns wünschen können. 99. Andi schwieg für einige Sekunden. 99. Und wenn man es genau nimmt, unsere einzige Hoffnung auf einen guten Ausgang von diesem Scheiß. 99. Er verzog das Gesicht. 100. Entschuldige den Ausdruck. 99. Na, da habe ich schon Schlimmeres gehört. 99. Du hast ja recht. 99. Woher wusstest du, dass wir ihn hier treffen? 99. Assad, ein Freund von Hamids Bruder Khalil, hat sich um unseren Wagen gekümmert und wollte uns am Flughafen treffen. 99. Er hat beobachtet, was geschehen ist und mir später den Wagenschlüssel unauffällig zugespielt. 99. Dabei habe ich ihm zugeflüstert, dass wir Hamid treffen müssen. 99. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung, wo wir hinfahren und wo ein Treffen möglich ist. 99. Zum Glück lag ich richtig. 99. Kristallkugel? stieß Samira hervor und schluckte sämtliche Kommentare runter, die starke Zweifel an seinem Urteilsvermögen ausgedrückt hätten. 99. Ihre Reaktion ließ Andi schmunzeln. 99. Ehe die geringe Anzahl der Pisten, die es hier gibt, und die Vermutung unserer Analytiker, dass das Ausbildungslager dieser Verbrecher Richtung Pakistan liegt. 99. Ich habe leider keine wahrsagerischen Kräfte, kenne aber die Region ganz gut. 99. Ehe sie weitere Fragen stellen konnte, kam Murat und Hamid zu ihnen. 99. Hast du sie schon aufgeklärt, wer ich bin? fragte Hamid. 99. Ja, falls du nicht darauf gekommen bist. Das ist Samira, Doms Partnerin, und zwar in jeder Beziehung. 99. Ein mitleidiger Blick traf sie, der sie zum Schlucken brachte. 99. Rasch räusperte sie sich. 99. Bist du eigentlich zu Fuß unterwegs? 99. Sie konnte einen letzten Rest Misstrauen nicht verbergen, den er jedoch lächelnd abtat. 99. Mein Jeep steht hinter den Felsen da drüben. 99. Ich wollte absolut sicher gehen, dass niemand unser Treffen beobachten kann. 99. Hast du schon mit Luke gesprochen? fragte Andi. 99. Nein. Von dort aus, wo er festsitzt, hätte er nichts unternehmen können und sich nur Sorgen gemacht. 99. Ich habe aber über einen Umweg veranlasst, dass sein Chef einen Satelliten auf diese Gegend richtet. 99. Ich weiß nicht, wie lange das Zeitfenster ist, in dem der Vogel vernünftige Bilder liefert. 99. Aber wir haben schon einen ungefähren Hinweis, wohin die Kerle Dom verschleppt haben. 99. Nun bekam Samira echte Probleme, ihren Unglauben zu verbergen. 99. Wieso konnte der Afghane mal eben so eine Satellitenüberwachung der Amerikaner anfordern? 99. Andi schmunzelte, als er ihre Miene bemerkte. 99. Khalil steht in engen Kontakt mit Dirk, der wiederum mit Mark befreundet ist. 99. Mark hat als Lukes Vorgesetzter noch ganz andere Kompetenzen. 99. Ihn anzurufen, wäre auch mein erster Gedanke gewesen. 99. Das kann ich mir ja jetzt zum Glück sparen. 99. Und was läuft da noch, Hamid? 99. Beginnen wir damit, dass sich Assad auf ihre Spur gesetzt hat, nachdem er dir den Schlüssel zugespielt hat. 99. Du weißt, dass er nur auf sich selbst hört. 99. Aber er ist nicht die schlechteste Wahl, wenn er es in Doms Nähe schafft. 99. Als Khalil mit Dirk gesprochen hat, hat das natürlich auch Jay mitbekommen. 99. Den Rest kannst du dir denken. 99. Ich habe das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier noch weitere Mitspieler eintreffen. 99. Denn du glaubst ja nicht im Ernst, dass Jay ruhig in Hamburg abwartet, wenn Dom in Gefahr ist und Luke nicht eingreifen kann. 99. Einerseits könnten wir Hilfe gebrauchen. 99. Andererseits vergrößert es die Gefahr. 99. Ratlos zuckte Andi mit der Schulter. 99. Was meinst du? 99. Ich hätte nichts dagegen, wenn Jay oder auch Dirk und sein Partner hier eintreffen. 99. Sie sind zwar keine Soldaten, aber gut. 99. Zum ersten Mal wich Hamid Andis Blick aus. 99. Dann atmete er tief durch. 99. Es ist ein Name aufgetaucht, den wir kennen und durch den die Karten völlig neu gemischt worden sind. 99. Wenn ich könnte, würde ich selbst Lukes Flugzeug auseinandernehmen, um ihn davon abzuhalten, hierher zu kommen. 99. Einer von Hossanis Männern ist Nasir Warsai, der Bruder des Mannes, den Luke und wir damals gemeinsam ausgeschaltet haben. 99. Assad vermutet, dass der Kerl vom Flughafen mit Dom zu Warsai unterwegs ist. 99. Andi hatte bisher immer unerschütterlich gewirkt. Nun wurde er blass. 99. Was für ein verdammter Zufall. 99. Nicht auszudenken, wenn Warsai erfährt, dass er mit Dom, Lukes Bruder, in den Händen hält. 99. Und noch was. 99. Sorg dafür, dass keiner der die Grassi-Brüder etwas davon erfährt. 99. Hamid zuckte mit der Schulter. 99. Sehe ich auch so. 99. Ausnahmsweise ist auch Khalil vernünftig. 99. Aber wir können nicht verhindern, dass sie es vielleicht aus anderer Quelle erfahren. 99. Und ich wage mir nicht vorzustellen, was sie dann tun werden. 99. Jay klappte sein Notebook zu und lehnte sich zurück. 99. Die Entscheidung, bei Dirk zu Hause zu arbeiten, statt im Polizeipräsidium, hatte etliche Vorteile. 99. Es war nicht nur bequemer. 99. Sondern außer ihren direkten Vorgesetzten würde so niemand erfahren, dass FBI und LKA mittlerweile zusammenarbeiteten, um King und Konsorten aus dem Verkehr zu ziehen. 99. Wer hätte gedacht, dass die Ermittlungen der Deutschen gegen Bärenhof solche Kreise ziehen würden. 99. Sie waren jetzt definitiv auf dem richtigen Weg. 99. Die Menge der Daten, die sie für eine Anklage nutzen konnten, waren bereits größer, als Jay gehofft hatte. 99. Der gemeinsame Entschluss, ihre möglichen Anklagepunkte in Deutschland persönlich zu konsolidieren, erwies sich als goldrichtig. 99. Es waren schon einige Punkte aufgetaucht, die sie vorher nicht in Betracht gezogen hatten. 99. Vor allem Dirks Idee, auch in Richtung Steuerhinterziehung zu ermitteln, war vielversprechend. 99. Schließlich war das schon El Capone zum Verhängnis geworden. 99. Wenn die Angst um Dom nicht gewesen wäre, hätte er absolut zufrieden sein können. 99. Nach dem Anruf von Khalil, durch den sie erfahren hatten, dass Dom direkt am Flughafen entführt worden war, 99. Wäre er am liebsten sofort nach Kunduz geflogen. 99. Obwohl er Hamid und Hassad vertraute, wäre er lieber selbst vor Ort gewesen. 99. Dazu noch die verdammte Unsicherheit, warum Lukes Flieger noch nicht unterwegs war. 99. Zum wiederholten Male blickte Jay auf die Uhr. 99. Allmählich konnten die Frauen eigentlich zurückkehren. 99. Nicht, dass er Beth, den kurzen Ausflug in die Hamburger Innenstadt, 99. Zusammen mit Dirks Frau nicht gönnte. 99. Die Ablenkung konnte Beth gut brauchen. 99. Und mit Dirk zusammen war er durchaus in der Lage, den Job zu Ende zu bringen, 99. Nachdem sie sowieso schon so gut wie fertig waren. 99. Trotzdem vermisste er Beth an seiner Seite. 99. Innerlich schüttelte er über sich selbst den Kopf und fragte sich gleichzeitig, 99. Ob sich dies jemals ändern konnte. 99. Eigentlich konnte er ganz gut damit leben. 99. Dirk kehrte mit frischem Kaffee zurück und ihm war leider nicht entgangen, dass Jay schon wieder auf die Uhr gesehen hatte. 99. Jay wappnete sich für die nächste verbale Breitseite des Deutschen. 99. Die beiden Männer hatten sich sofort verstanden, was allerdings auch dazu führte, dass Dirk ihn hemmungslos aufzog, wenn sich eine passende Gelegenheit bot. 99. Der trockene Humor des Deutschen gefiel Jay, allerdings besonders dann, wenn nicht er sein Opfer war. 99. Ein leises Piepsen von Dirks Smartphone sorgte jedoch für Ablenkung. 99. So blieb Jay eine Anspielung wegen seiner Ungeduld zunächst erspart. 99. Dirks Miene, mit der er aufs Display sah, gefiel ihm ebenso wenig wie die Eile, mit der er zu seiner Six Sower griff. 99. Ein ungebetener Besucher, der nicht an der Tür klingelt, sondern sich seitlich am Haus entlang bewegt, erklärte Dirk knapp. 99. Automatisch blickte Jay auf das Fenster des Arbeitszimmers, hinter dem in der Dunkelheit der Garten lag. 99. Dirk starrte immer noch auf das Display. 99. Interessant. Den Bewegungsmeldern ist er ausgewichen. 99. Er ahnt aber offenbar nicht, dass ich trotzdem per Infrarot jede seiner Bewegungen verfolgen kann. 99. Dann werde ich den Herrn mal vorsichtig fragen, was er hier will. 99. Wirklich Pech, dass Sven kurz nach Hause gefahren ist. 99. Sofort stand Jay auf. 99. Spricht was dagegen, wenn ich statt deines Partners deine Rückendeckung übernehme? 99. Solange du mir dabei nicht aus Versehen in den Rücken schießt... 99. Durch den Hinterausgang können wir nicht. Das würde er sofort bemerken. 99. Dann werden wir eben... 99. Dirk brach mitten im Satz ab. 99. Na, nun bin ich aber wirklich neugierig. 99. Der Kerl geht zurück zur Haustür. 99. Im nächsten Moment klingelte es. 99. Merkwürdiger Einbrecher, kommentierte Jay das unerwartete Verhalten ihres Besuchers. 99. Finde ich auch, antwortete Dirk und verließ das Arbeitszimmer. 99. Jay folgte ihm zur Haustür. 99. Dort lehnte er sich so gegen die Wand, dass er sofort schießen konnte, wenn es notwendig werden würde. 99. An den Papierkram, wenn er als FBI-Agent in Deutschland einen potenziellen Angreifer tötete, 99. Wollte er jetzt lieber nicht denken. 99. Dirk hielt seine Pistole eng an den Oberschenkel gepresst, als er die Tür öffnete. 99. Der Deutsche kam nicht dazu, den Besucher in irgendeiner Form anzusprechen. 99. Dirk Richter, entschuldigen Sie die späte Störung. 99. Aber ich muss... 100. Jay stieß Dirk zur Seite und hielt sich nicht mit einer Entschuldigung auf. 100. Ungläubig sah er den Mann an, der vor ihm stand, obwohl er natürlich die Stimme schon erkannt hatte. 100. Was machst du denn hier? 100. Dann fiel Jay auf, wie schlecht Phil aussah. 100. Und was ist passiert? 100. Du machst den Eindruck, als würdest du jeden Moment umkippen. 100. Als ob er die Worte bestätigen wollte, schwankte Phil etwas. 100. Sofort war Jay bei ihm und hielt ihn fest. 100. Dass Phil nichts tat, um ihn abzuwimmeln, sprach für sich. 100. Mit einem Seufzen steckte Dirk seine Waffe zurück ins Holster an seiner Jeans. 100. Also gut, dass ihr euch kennt, sehe ich. 100. Aber eine Erklärung für das Anschleichen um mein Haus wäre nett. 100. Wie haben sie mich bemerkt? Dirk verdrehte die Augen. Das Beantworten einer Frage mit einer Gegenfrage scheint bei euch in der Familie zu liegen. »Infrarot-Sensoren, die dir entgangen sind«, »Phil, wenn ich richtig vermute«, »oder«, »komm rein, ehe du zusammenklappst«. Statt in das Arbeitszimmer zu gehen, ließ sich Phil auf einen der Stühle in der Essecke fallen, die kurz hinter der Eingangstür lag. »Ich bin in Ordnung, nur etwas müder.« Dirk murmelte etwas vor sich hin, von dem Jay nur »na sicher doch« verstand und verschwand in der Küche. Wenig später stellte er eine Flasche Cola und ein Glas direkt vor Phil auf den Tisch. »Kaffee kommt gleich, aber ich will antworten. Woher hast du meine Adresse? Warum bist du draußen rumgeschlichen?« Ich habe übers Internet auf Rob's Kontakt in seinem Smartphone zugegriffen. Da war sie dabei und ich wollte nur sehen, ob jemand zu Hause ist. Von vorn sah alles dunkel aus. Naja, ein wenig haben mich auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen neugierig gemacht. Das kommt schon fast an unsere ran. »Fast? Du kannst später meine Anlage aufrüsten.« Jay hustete leicht. »Und mir kannst du sofort erklären, wieso du Zugriff auf unsere Handys hast. Erzähl mir nicht, dass du nur bei Rob reinsehen kannst.« »Mache ich alles, aber wir haben ganz andere Probleme.« Phil leerte sein Glas in einem Zug. Die Kurzfassung lautet »Luke und das KSK-Team sind gezielt in der Türkei festgesetzt worden. Über die Situation von Dom wisst ihr ja Bescheid. Neu ist aber, dass ich weder ihn noch Samira, Andi oder Murat orten kann. Die Sender funktionieren nicht. Warum auch immer, sie sind alle komplett von der Bildfläche verschwunden und es gibt keine Spur von ihnen. Und als würde das nicht schon reichen, ist Nasir Varsai in Doms Entführung verstrickt. Das ist der Bruder von dem Mistkerl, mit dem sich Luke damals angelegt hat. Wenn der rausfindet, wer ihm in die Hände gefallen ist, wird Dom sich wünschen, tot zu sein. Soweit die Fakten. Phil zeigte seine Wut ausnahmsweise offen. Nachdem Jay den ersten Schock überwunden hatte, sah er Dirk an. »Warsai ist«, Dirk winkte ab, »Ich kenne die Geschichte. Mich würde aber interessieren, woher du so gut über die Ereignisse in Afghanistan informiert bist. Bis auf die Sache mit Varsai und den Sendern waren wir schon im Bilde. Aber wir wissen außerdem, dass Hamid, Khalil und Assad, das ist ein Freund der beiden, an Dom und auch Andi, Samira und Murad dran sind. Sie sind also nicht ganz auf sich gestellt. Außerdem verfolgt die Navy die Fahrzeuge so gut es geht über Satelliten oder Drohnen. Phil wirkte etwas erleichtert. »Das ist mir tatsächlich neu. Es ist nicht viel, aber besser als nichts. Über meine technischen Möglichkeiten kläre ich dich später auf. Jetzt haben wir andere Probleme. Wir müssen Ersatz für Luke besorgen. Oder ihm helfen.« Dirk nickte langsam. »Das ist ein Albtraum. Wir müssen...« Er rieb sich übers Kinn. »Erst in die Türkei und dann... »Ich weiß nicht. Nach Afghanistan?« »Was meinst du?« Fragend sah er Jay an. Jay nickte ebenfalls, aber wesentlich heftiger. »Weißt du, wo Luke und seine Leute festgehalten werden, Phil? Wie viele Wachen und so weiter?« »Sie haben ihre Telefone und werden noch wie Gäste behandelt. Angeblich gibt es technische Probleme, die einen Weiterflug verhindern. Wir können uns also in beschränktem Rahmen abstimmen. Aber was stellt ihr euch vor? Eine gewaltsame Befreiungsaktion? Das ist Wahnsinn. Andererseits wird es über offizielle Wege nicht funktionieren. Eben. Wir brauchen Männer, die passende Ausrüstung. Und vor allem ein Flugzeug haben. Und das alles möglichst schnell. Phil wirkte ratlos, aber Dirk runzelte lediglich die Stirn. »Wenn du beweisen kannst, dass Lukes Team mit Absicht am Weiterflug gehindert wird, dann wird Mark das nicht gefallen. Sein halbes Team ist im Einsatz. Aber mit ihm sind sie immer noch zu dritt. Mark, Pat und Daniel sind zusammen verdammt gut. Dazu mein Partner, Alexander und ich, Jay, Beth. Das sollte reichen. Ihr würdet euch ernsthaft an einer solchen Aktion in der Türkei beteiligen?« Phil war sein Erstaunen anzusehen, während Jay nicht überrascht war. »Und ja, ich kann beweisen, dass eine hohe Summe Geld geflossen ist, um den Flieger am Boden zu halten. Ich habe das noch nicht weiter zurückverfolgt. Aber es wird von einem der Waffenlobbyisten stammen, vor denen ich Luke gewarnt habe. Jays Boss weiß Bescheid und geht der Sache nach. Das reicht mir. Dirk legte grinsend seinen LKA-Ausweis auf den Tisch. »Ist doch meine Sache, was ich in meiner Freizeit mache.« Dann holte er sein Handy aus der Hosentasche. »Ich kläre das mit Mark.« Er drückte eine Taste. »Es brennt. Wie schnell kannst du hier sein? Und wie schnell kannst du einen Flugzeugstart klar haben? Ziel ist der Ort in der Türkei, an dem dein Team in der Klemme sitzt. Dirk hörte kurz zu. Sekunde. Falls es brenzlig wird, hätte Mark gern einen Co-Piloten. Hat einer von euch einen Pilotenschein oder wenigstens so viel Erfahrung im Fliegen, dass er den Vogel oben halten kann?« Ehe Jay etwas sagen konnte, zeigte Phil auf ihn. Dirk gab dies telefonisch weiter. »Und auf welchen Maschinen?« war Dierks nächste Frage. »Einer galf Stream.« Dirk teilte Mark dies ebenfalls mit und trennte dann die Verbindung. Dierks Blick verlor sich einen Moment in der Ferne. »In drei bis vier Stunden geht's los.« Dann musterte er Phil misstrauisch. »Und jetzt zu dir. Du bist für einen solchen Einsatz garantiert nicht fit genug und hast die Wahl, Krankenhaus oder Daniel. Auch genannt Doc. Das ist der Arzt in Marks Team.« Erst jetzt bemerkte Jay, dass Phil's schwarze Jacke am Hals verräterisch glänzte. »Ich dachte, Jasmine hätte dich versorgt.« »Hat sie auch. Aber da war ein Kerl mit einem Messer, dem es nicht passte, dass ich in Washington aufgetaucht bin.« »Etwas Ruhe reicht.« Phil lächelte verkrampft. »Dann erkläre ich euch auch, wie ich an die Informationen rangekommen bin.« 20 Langsam drang die Realität in Doms Bewusstsein. Gleichzeitig überkamen ihn Kopfschmerzen und Übelkeit. Zusammengekrümmt kämpfte er dagegen an, seine letzte Mahlzeit von sich geben zu müssen. Irgendwann würde er die Augen öffnen und sich einen Überblick verschaffen. Aber er ahnte, dass dann die Schmerzen hinter seiner Schläfe explodieren würden. Außerdem wusste er auch so, wie seine Lage war. Denkbar schlecht? Trotz des brutalen Schlages funktionierte sein Gehirn einwandfrei. Vielleicht sollte er deswegen dankbar sein. Immerhin tröstete es ihn, dass es nicht Samira getroffen hatte. Lautes Stimmengewirr kam näher. Die Männer sprachen Pashto. Vielleicht war es doch noch ein Vorteil, dass sie nicht ahnten, dass er die Sprache verstand. Im nächsten Moment wünschte er sich, er würde den Sinn der Worte tatsächlich nicht verstehen. Ein Mann forderte vehement, ihn sofort zu töten, während andere beruhigend auf ihn einredeten. Tief durchatmend ermahnte er sich zur Ruhe. Zumindest eine gewisse Zeit brauchten sie ihn lebend. Hoffentlich. Aufgeben kam nicht in Frage. Selbstmitleid half ihm nicht weiter. Sein Plan für die nächste Zeit war denkbar einfach. Überleben. Und zwar so lange, bis ihm entweder die Flucht gelang oder Hilfe kam. Letzteres konnte er für die nahe Zukunft ausschließen, da Luke in der Türkei festsaß und Andi, Murat und Samira wahrscheinlich eigene Probleme hatten. Also musste er selbst dafür sorgen, dass er entkam. Entschieden zwang er seine Leder auseinander. Dass seine Arme mit einem Strick auf den Rücken gefesselt waren, hatte er schon vorher registriert. Nun sah er auch den Ort, an dem er sich befand. Vor einiger Zeit war das kleine Gebäude vermutlich ein Unterstand für einen Ziegenhirten gewesen. Das Dach war undicht, die Luft extrem heiß und stickig. Dennoch war Dom für den Schatten dankbar. Draußen in der Sonne wäre es noch unerträglicher. Insgesamt war der Raum nicht größer als Luke's Wohnzimmer. Grobe Steine waren einfach aufeinander geschichtet und mit einer abenteuerlichen Konstruktion aus Latten und Wellblech abgedeckt worden. Durch Spalten und sogar faustgroße Löcher in den Wänden drang genügend Licht. Die Holztür sah reichlich wackelig aus. Ein einfacher Tritt würde reichen, um sie aus der Angel zu heben. Aber das half ihm nicht, solange draußen eine Übermacht bewaffneter Männer auf ihn wartete und er gefesselt war. Immerhin hatte er bereits zwei Möglichkeiten entdeckt, aus dem Gebäude zu fliehen. Die Tür war ein Schwachpunkt. Genauso gut konnte er weitere Steine aus der Wand stemmen. Beides wäre möglich. Dom ignorierte das Pochen in seinem Kopf und setzte sich vorsichtig auf. Sofort wurde die Übelkeit stärker und Schwindelgefühle setzten ein. Er bewegte die Schultern und unterdrückte mühsam ein Stöhnen, als das Blut in seinen Armen und Händen wieder zu zirkulieren begann. Wie lange mochte er so auf dem Boden gelegen haben? Endlich fühlte er sich gut genug, um langsam zurückzurutschen, bis er sich mit dem Rücken an die Wand lehnen konnte. Schon besser. Das schmerzhafte Kribbeln in seinen Händen hörte auf und das Gefühl kehrte zurück. Er beugte sich etwas vor, um durch eines der größeren Löcher nach draußen zu sehen. Anscheinend war er ziemlich lange bewusstlos gewesen. Wenn er den Stand der Sonne richtig deutete, war es später Nachmittag. Viel deprimierender als die Zeit war die Umgebung. Berge. Nichts als Felsen, Sand und Steine. Vermutlich befand er sich meilenweit von jeder Siedlung entfernt. Trotzdem musste er hier raus. Prüfend zog er an dem Strick. Etwas Spielraum hatte er. Vielleicht konnte er die Fesseln irgendwie loswerden. Dann wäre er seinen Gegnern wenigstens nicht länger hilflos ausgeliefert. Nur am Rande verfolgte er, wie der Streit draußen weiter eskalierte. Dann plötzliches Schweigen. Die Tür flog auf und vier Männer stürmten in den Raum. Blinzelnd starrte Dom in das helle Sonnenlicht. Drei der Kerle trugen Tarnhose und T-Shirts. Nur einer von ihnen war mit weiter Hose und Hemd traditionell bekleidet. Hass erfüllt blickte er auf Dom herab. Er wusste sofort, dass es dieser Mann gewesen war, der seinen Tod gefordert hatte. Mit einem Schritt war der Kerl bei ihm, packte ihn bei den Haaren und zog seinen Kopf zurück. Hart prallte Dom gegen die Wand und konnte einen Schmerzlaut nicht unterdrücken. Weder wurde ihm schwarz vor Augen, aber er kämpfte gegen die Bewusstlosigkeit an. Er hatte keine Ahnung, warum der Typ ihn hasste, aber aus irgendwelchen Gründen wollte er ihn tot sehen. Ein anderer Mann fasste Doms Angreifer fest an der Schulter und zerrte ihn von ihm weg. »Ich hab dir ganz klar gesagt, dass wir ihn noch lebend brauchen. Außerdem bist du dir nicht mal sicher.« »Sicher genug. Reiß dich zusammen.« Sein neuer Ansprechpartner schien der Anführer zu sein. Er sprach zwar Pashto, aber mit einem deutlichen Akzent und etwas stockend. »Vielleicht ein Amerikaner.« Unschlüssig sah er auf Dom herab. »Mein Freund hier behauptet, dass er und sein Bruder schon mal mit ihnen das Vergnügen hatten,« sprach er Dom auf Englisch an und bestätigte damit seinen Verdacht, dass der Mann Amerikaner war. »Er muss sich irren. Ich kenne ihn nicht.« »Waren Sie schon mal in diesem Land, Dubois?« Dom beschränkte sich auf ein Kopfschütteln. Der Amerikaner starrte ihn weiterforschend an. »Kennen Sie Hamid Kazim?« Es gelang Dom, seine Überraschung zu verbergen. »Ich kenne den Namen. Er ist einer der gemäßigteren Taliban in dieser Region.« »Sie haben ihn also nie getroffen?« »Was sollen diese Fragen?« »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie in diesem Land war. Und so wie hier Geschäfte abgewickelt werden, habe ich auch nicht vor, demnächst wieder herzukommen.« Ein leichtes Lächeln ließ die hageren Gesichtszüge des Amerikaners weicher aussehen. Dom rechnete nicht ernsthaft mit einer Erklärung, aber sein Gegenüber deutete auf den Afghanen. Er hier meint, sie wären dafür verantwortlich, dass die Amerikaner seinen Bruder inhaftiert haben. Luke. Das war der Grund für das feindselige Verhalten. Schon bei der Erwähnung von Hamid war Dom schlagartig klar geworden, dass ihm wieder mal seine Ähnlichkeit mit Luke zum Verhängnis wurde. »Blödsinn! Ich war niemals hier! Ich kenne weder Ihren Freund noch seinen Bruder! Oder diesen Kazim!« wiederholte Dom. Und dies entsprach sogar der Wahrheit. Nach einigen Sekunden, in denen Dom es kaum wagte zu atmen, nickte der Amerikaner. »Ich glaube Ihnen. Sie haben wohl das Pech, jemandem ähnlich zu sehen, den mein afghanischer Kollege zu gern umlegen würde. Automatisch sah Dom den Afghanen an. Wenn Blicke töten könnten, wäre er längst tot. Der Kerl blickte ihn so wütend an, als ob er ihm ungeachtet der Ermahnung, Dom leben zu lassen, in der nächsten Sekunde den Hals aufschlitzen würde. Dazu passte das Messer, das der Afghane am Gürtel trug. Es hatte die Ausmaße einer Machete. »Und, wie geht's jetzt weiter?« fragte Dom, ohne den Mann aus den Augen zu lassen. Auch der Amerikaner beobachtete seinen afghanischen Kumpan. Er schnaubte genervt. »Ich lasse zwei meiner Männer hier. Die werden dafür sorgen, dass er sich beherrscht. Geben Sie ihm besser keinen Grund, sie doch noch auszuschalten. Haben Sie Ihre Bankverbindung im Kopf?« »Kontonummern, Online-Zugänge und Passwörter. Also die ganzen Daten.« Dom zögerte. »Wenn er auf Zeit spielen wollte, gab es nur eine mögliche Antwort.« »Ja, habe ich.« »Gut.« »Die ganze Angelegenheit entwickelt sich etwas anders als geplant. Wir werden sehen, wo wir am Ende stehen.« »Spricht was dagegen, mir diese verdammten Fesseln abzunehmen? Und etwas Wasser wäre auch nett.« »Seien Sie froh, dass Sie noch leben.« »Wenn Sie keinen Ärger machen, bleibt das vielleicht so.« Bei der Drohung sah der Amerikaner bedeutungsvoll auf den Afghanen, als ob Dom die Gefahr nicht schon selbst erkannt hätte. Anscheinend wollten diese Männer zwar grundsätzlich Zugriff auf seine Konten. Übermäßig wichtig schien ihnen dies jedoch nicht zu sein, weil sie auch Samira in ihrer Gewalt hatten. Der Gedanke versetzte Dom einen scharfen Stich mitten ins Herz. Wenn er ihr helfen wollte, musste er fliehen. Daran führte kein Weg vorbei. Großartige Aussichten, zumal er nicht mal wusste, wo er sich befand. Ohne ausreichend Wasser waren seine Chancen minimal. Er konnte nichts gegen die Resignation tun, die sich in ihm ausbreitete. Der Afghane sah ihn zum ersten Mal mit einem Anflug von Zweifel an. »Ich hatte ihn härter in Erinnerung. Und er hat damals auch überhaupt nichts gesagt,« überlegte er laut auf Pasto. Der Amerikaner verzog sichtlich genervt den Mund. »Wenn er nichts gesagt hat, weißt du ja nicht mal, ob er Amerikaner war.« Die Gerüchte über Hamid, begann der Afghane, sich zu verteidigen. »Müssen nichts damit zu tun haben,« unterbrach ihn der Amerikaner. »Der hier sieht jedenfalls nicht aus, als würde er ernsthaften Ärger machen. Deine Beschreibung passt hinten und vorne nicht.« Rasch blickte Dom zu Boden, um seinen Ärger über die herablassenden Worte zu verbergen. Er wusste nur zu gut, was Luke während seiner Gefangenschaft durchgemacht hatte. Und ihm war klar, dass er selbst eine solch miese Behandlung niemals so lange aushalten würde. Unbeabsichtigt hatte der Afghane dafür gesorgt, dass Doms Entschlossenheit wieder wuchs. Er würde fliehen und überleben. Eine andere Option gab es nicht. Luke war kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann dies das letzte Mal passiert war. Natürlich wusste er, dass die Türkei nicht gerade der verlässlichste NATO-Partner war und man mit Geld an den richtigen Stellen einiges arrangieren konnte. Aber dies konnte doch wohl kaum so weit gehen, einen amerikanischen Militärtransporter stundenlang am Boden festzuhalten. Erst die angebliche technische Panne beim Tanken, dann das angeblich fehlende Ersatzteil und schließlich quasi zur Krönung die Behauptung, der Luftraum sei überlastet. Ein Ersatzflugzeug könne deshalb nicht landen. Wem wollten sie das eigentlich erzählen? Luke und seine Freunde hatten von diesem verdammten Raum aus einen hervorragenden Blick auf die Start- und Landebahn. Von Überlastung keine Spur. Paradoxerweise konnte Luke sich nicht mal über die äußeren Umstände beschweren. Neben seinem Team und den deutschen KSK-Soldaten waren ungefähr 30 weitere Passagiere an Bord ihrer Maschine gewesen und von dem ungeplanten Stopp betroffen. Die Türken hatten anscheinend extra einen VIP-Bereich für die Gestrandeten geräumt. Es gab luxuriöse Waschräume, ein Buffet, das ständig aufgefüllt wurde und bequeme Sessel, in denen man auch gut schlafen konnte. Trotzdem nagte die Ungeduld an Luke und der Gedanke, dass dies alles absichtlich eingefädelt worden war. Ihm gingen Filzwarnungen nicht aus dem Kopf. Hinzu kam das Gefühl, dass irgendwas fürchterlich schiefgegangen war. Er war weit davon entfernt, an übersinnliche Dinge zu glauben. Aber es war eine Tatsache, dass die Brüder untereinander manchmal ahnten, wenn einer von ihnen in Gefahr war. Genau das war jetzt der Fall. Luke war sicher, dass es Dom getroffen hatte. Nicht gerade eine Überraschung. Jasmine war mittlerweile die Einzige, die sich noch traute, Luke anzusprechen. Sie kam direkt auf ihn zugeeilt, gefolgt von Mike, dem stellvertretenden Teamchef der Deutschen, der Andi vertrat, solange er den Ausbilder spielte. Beide blieben so dicht vor Luke stehen, dass sie sich problemlos, flüsternd verständigen konnten. Obwohl Jasmine sich um einen ruhigen Gesichtsausdruck bemühte, sah er ihr an, dass sie sauer war. Bei Mike war dies anders. Der Deutsche hatte nicht das geringste Talent, seine Gefühle zu verbergen. Fang du an, Jasmine. Ich brülle sonst noch los, bat Mike sie. Jasmine nickte. Wir haben eine kleine Erkundungstour gemacht. Hinter den Waschräumen gibt es noch eine Tür, die zu einem Flur führt. Am Ende ist ein ganz normaler Eingang, der jetzt allerdings verriegelt ist und von zwei bewaffneten Männern bewacht wird. Es bleibt also nur ein einziger Zugang zu diesem Bereich. Wenn es noch den geringsten Zweifel daran gab, dass sie uns hier festgesetzt haben, ist der jetzt Flöten. Auch wenn das Essen gut und reichlich ist, sind wir nichts anderes als Gefangene. Luke schluckte seinen Ärger über den Alleingang der beiden runter. So richtig verdenken konnte er es ihnen nicht. Schließlich hätte er sich selbst in den letzten Stunden auch nicht freiwillig angesprochen. Jasmine deutete sein Schweigen falsch. Aufgebracht funkelte sie ihn an. Vergiss nicht, dass ich bei der CIA für sowas ausgebildet worden bin. Man muss kein Ziel sein, um... Rasch beugte er sich vor und küsste sie ungeachtet der Beobachter sanft auf den Mund. Ich ärgere mich höchstens, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin, dort nachzusehen. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Mike nickte, wirkte jedoch nicht überzeugt. An den Wachen vorbeizukommen wird nicht einfach, aber vermutlich kriegen wir es trotzdem hin. Und was dann? Andi würde so ziemlich jeden Vogel in die Luft bekommen, aber von uns kann das keiner. Luke musste keine Sekunde überlegen. Wenn Fliegen ausfällt, nehmen wir den Landweg. Mike schüttelte den Kopf. Diese Alternative würde ich eigentlich als unmöglich verwerfen, aber wenn du meinst, meinetwegen, du bist sowieso ranghöher und nebenbei genauso verrückt wie Mark. Luke grinste nur. Sind doch nur ein paar Stunden und ein paar tausend Höhenmeter. Sein Handy meldete den Eingang einer neuen Mail. Noch ehe Luke die Nachricht überflogen hatte, hielt Mike ebenfalls sein Mobiltelefon in der Hand. Sekunden später sahen sich die beiden Männer an. Nachdem Luke zuvor stinksauer gewesen war, hatte sich das nun schlagartig geändert. Hast du auch eine, nennen wir es mal, interessante Anfrage bekommen? erkundigte sich Mike. Du meinst die, ob wir hier noch länger warten wollen oder zur Abreise bereit wären? Die meine ich. Irre ich mich oder ist da was in Gang gekommen? Sieht ganz danach aus. Bestimmt war das nicht die letzte Mail, die uns in den nächsten Minuten erreicht. Luke gab Scott, der bereits neugierig zu ihnen rüber sah, ein Signal, dass ihre Männer sich versammeln sollten. Er schmunzelte, als Chris als erster aufsprang. Der jüngste in seinem Team war mindestens genauso ungeduldig wie Mike und ebenso wenig in der Lage seine Gefühle zu verbergen. Auch bei Mike reichte ein Handzeichen und die deutschen Soldaten packten eilig ihre Sachen zusammen. Da kam schon die nächste mehr mit der Frage, wo sie sich genau befanden. Luke hatte die Antwort gerade abgeschickt als Timothy. Der Sanitäter in Lukes Team ihn hoffnungsvoll ansah. Luke nickte knapp. Na endlich, erwiderte Timothy, dessen Aussehen an seine nordischen Vorfahren erinnerte, und er auch ohne entsprechendes Kostüm durch seine rotblonden Haare und seine Muskelpakete jederzeit als Wikinger durchgegangen wäre. Dem gab es nichts hinzuzufügen. Jasmine stieß Luke leicht an. Seht euch mal unauffällig da draußen die Gulf Stream an, die gerade gelandet ist und jetzt neben unserem angeblich havarierten Flieger steht. Luke erherrschte gerade noch einen Blick auf zwei Männer, die die Gangway runter eilten und dann hinter dem Flugzeug verschwanden. Wenn er sich nicht sehr täuschte, dann war einer von ihnen Mark gewesen. Mit zusammengekniffenen Augen näherte sich nun auch Rob und Kat. Luke zog unwillkürlich den Kopf ein. Die beiden hätte er fast vergessen. Spöttisch musterte Rob ihnen. Worte statt Handsignale wären für mitreisende Anwälte nicht verkehrt. Kat winkte grinsend ab. Ich habe mir auch gerade die Gulf Stream da draußen angesehen. Sonst hätte ich deine nette Aufforderung natürlich verstanden. Mike schmunzelte amüsiert. Aber dann wurde er schlagartig ernst und sein Blick ging geradewegs an Luke vorbei. Eigentlich halte ich nicht viel von Anzugträgern, aber für die beiden mache ich eine Ausnahme. Alarmiert fuhr Luke herum und musste sich ein Lachen verkneifen. Zwei Männer, allem Anschein nach Geschäftsleute verließen den Business Jet. Beide hielten Notebook Taschen in der einen Hand und ein Smartphone, mit dem sie scheinbar telefonierten, in der anderen. Jay und Dirk. Zielstrebig gingen sie auf die Eingangstür des Bereichs zu, in dem Luke und die anderen Passagiere die aufgezwungene Wartezeit verbrachten. Gleich vier Wachleute standen vor der Glastür. Mindestens sechs weitere hielten sich mehr oder weniger gelangweilt in der Nähe auf. Es konnte nicht schaden, Jay und Dirk ein wenig zu unterstützen. Scott trat ungeduldig neben Luke. Die Aussicht auf den gewaltsamen Konflikt, der vor ihnen lag, schien ihm zu gefallen. Bereit, erkundigte sich Luke, ohne Scott anzusehen. Wenn du es bist, ich übrigens auch, schloss sich Mike sofort an. Luke ignorierte Jasmines besorgten Blick und ging mit einem Lächeln, das ihm nun leicht fiel, auf die Tür zu. Zwei der Wachposten versuchten gerade, den angeblichen Geschäftsleuten klarzumachen, dass das Ankunftsterminal woanders sei, während die übrigen Wachen Luke, Scott und Mike signalisierten, zurück zu den anderen Passagieren zu gehen. Als keiner von ihnen reagierte, wurden die Bewegungen der Wachen Fahrräger. Einer hob drohend sein Gewehr. Die Bemühungen der überforderten Wachleute endeten, als Jay und Dirk ihre Tarnung aufgaben. Die angeblichen Notebooks erwiesen sich als brauchbare Schlaginstrumente und wo die nicht reichten, setzten sie mit Fußtritten und Schlägen nach. Die beiden kamen definitiv alleine zurecht. Schnell sah Luke zu den übrigen Passagieren herüber. Die hatten die Aktionen mit Erstaunen verfolgt. Bleibt einfach hier und mischt euch nicht ein. Sobald wir verschwunden sind, dürfte einem Weiterflug nichts mehr im Wege stehen. Luke wartete keine Antwort ab. Die Wachposten lagen bereits mit Plastikhandschellen gefesselt auf dem Boden. Zu dem Pfleger, befahl Luke. Mehr war nicht nötig. Jasmine, Rob und Cat sprinteten als erste los. Luke wartete, bis sein Team und die Deutschen an ihm vorbei waren. Erst dann folgte er ihnen zusammen mit Scott. Zwei Männer in schwarzen Kampfanzügen und Skimasken sicherten sie ab, während sie auf die Gulfstream zustürmten. Die ganze Aktion war für seinen Geschmack schon fast zu glatt gelaufen. Luke würde sich deshalb nicht beschweren, aber seine Erfahrung sagte ihm das. Als hätte seine Vorahnung es ausgelöst, er klang Gewehrfeuer. Ein lauter Fluch vor ihnen. Einer der schwarz gekleideten Männer riss sich einen Seesack von der Schulter und warf Scott und Luke Gewehre zu. Versuch tief zu zielen, wenn möglich nicht töten, befahl der Mann im Kampf anzog. Daniel, können wir die Begrüßung auf später verschieben? Luke hielt sich nicht mit einer Antwort auf. Ein riesiger Truck kam direkt auf sie zu gefahren. Im gleichen Moment setzte sich der Jet rückwärts in Bewegung. Daniel schüttelte den Kopf, als Luke auf die Fahrerkabine anlegte. Vergiss es, der gehört zu uns. Sichere mit Scott zusammen den Vogel ab, bis alle an Bord sind. Über diese verdammte schmale Gangway dauert es eine Ewigkeit. Er drehte sich um. Kat, gib uns von Bord Ausdeckung. Mike, komm mit. Eigentlich war Daniel rang niedriger als Luke, aber bei den Seals war es üblich, dass derjenige die Befehle gab, dessen Einsatz es war. Wenn es Lukes Aufgabe war, den Jet zu sichern, würde er genau das tun. Weitere Schüsse wurden abgegeben. Daniel und Mike hatten sich zu Boden geworfen und erwiderten das Feuer. Die Gulfstream rollte weiter langsam zurück, während die Gangway noch ausgefahren war. Besorgt hielt Luke nach Jay und Dirk Ausschau. Doch von den beiden war nichts zu sehen. Langsam bewegte er sich zusammen mit Scott rückwärts und hielt nach einer möglichen Bedrohung für die Gulfstream Ausschau. Es wäre ein Albtraum, wenn das Flugzeug durch Beschuss außer Gefecht gesetzt wurde. Das Ziel des Fliegers war klar. Die Startbahn. Ein lauter Knall, dem einige Sekunden eine unheimliche Stille folgte. Dann eine laute befehlsgewohnte Stimme. Legt Legt eure Waffen nieder. Wollt ihr euch ernsthaft mit der US Navy anlegen? Eine Gewehr salve. Jetzt überzeugt! Das war niemand anderes als Mark, Lukes Vorgesetzter. Blaulichter zuckten über das Flughafengelände. Sirenen ertönten. Dirk und Jay kamen gefolgt von zwei Männern auf sie zugelaufen. Wegen der schwarzen Kleidung hatten Luke und Scott jedoch keine Probleme, sie als Verbündete zu identifizieren. Mit gezielten Schüssen auf die Reifen hielten sie zwei Polizeiwagen auf Abstand. Der Jet rollte nun schon schneller. Luke und Scott rannten die Gangway hoch und sprangen in die Kabine. Erst dann bemerkten sie zwei weitere Männer, die auf sie zusprinteten. Verdammt, die Gangway wurde bereits hochgezogen, als die beiden hochhechteten. Luke und Scott zogen sie an Bord. Der Jet beschleunigte und hob ab, obwohl die Tür erst jetzt geschlossen wurde. Durch das Fenster konnte Luke erkennen, dass sie bereits ordentlich an Höhe gewonnen hatten. Kaum war die Tür endgültig verriegelt, rissen sich die beiden Männer, die die Maschine im letzten Augenblick erreicht hatten, die Masken runter. Verdammt war das knapp, brach es aus Alexander heraus. Neben ihm nickte ein Blonder mit völlig zerzausten Haaren und rang noch nach Luft. Das nächste Mal nehmen wir eine andere Fluglinie. Diese kannst du vergessen. Das war dann wohl Sven, Dierks Partner. Befreites Lachen, bis ein lauter Gong ertönte. Schnallt euch an, es kann noch knifflig werden, bis wir aus dem Luftraum raus sind. Ich habe schon ein Militärjet auf dem Radar. Jay, ich brauche dich hier. Jay grinste Luke im Vorbeigehen an. Tja, Großer, selbst ein Ziel braucht mal Hilfe. Dein Boss hat kein Problem damit, das zuzugeben. Trotz des kurzen Anflugs von Humor erkannte Luke deutlich die Sorge im Gesicht seines Bruders. Was ist passiert? fragte er. Alexander deutete auf den Sitz in der Reihe gegenüber. Setz dich, dann erkläre gleiches dir. 21 Alexander reichten wenige Sätze, um die Situation zusammen zu fassen. Namenloses Entsetzen breitete sich in Luke aus. Nicht wahr sei, das durfte einfach nicht sein, dass Dom unter Lukes altem Feind litt. Erst jetzt fiel Luke auf, dass Mike aufmerksam zugehört hatte. Habt ihr schon einen Plan? Auch dem Deutschen waren seine Befürchtungen deutlich anzumerken. Wie in Zeitlupe schüttelte Alexander den Kopf. Wir haben nichts, wo wir ansetzen können. Sowohl der Kontakt zu Dom als auch der zu Samira, Andi und Murat ist abgebrochen. Kein Signal von ihren Sendern. Wir müssen warten, bis unsere afghanischen Freunde Erfolg haben. Wenn wir wissen, wo sie sind, schlagen wir zu. Bis dahin können wir nur abwarten. Alexander musste nicht erst aussprechen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass sie in dem unwegsamen Land niemals eine Spur von ihnen finden würden. Mike atmete scharf ein und legte dann Luke eine Hand auf die Schulter. Wir werden sie ausfindig machen. Und wenn wir jeden Stein da unten umdrehen müssen. Mikes ruhige Zuversicht half Luke, seine Angst in den Griff zu bekommen. Mit Hamid und den anderen Afghanen hatten sie noch einige Trümpfe in der Hand, von denen ihre Gegner nichts ahnten. Außerdem war es ihnen schließlich auch gelungen, den unfreiwilligen Aufenthalt in der Türkei zu beenden. Wieder der Gong. Haltet euch fest, wir haben zwei Jets am Heck hängen, die uns zur Umkehr und Landung zwingen wollen. Marks Stimme klang ruhig, aber im Hintergrund hörten sie J-Fluchen. Ohne weitere Vorwarnung ging der Jet in einen Sturzflug über und legte sich dann scharf in die Kurve. Gepäck Gepäck Gepäckstücke schossen durch die Kabine. Ein heller Blitz zischte an den Fenstern vorbei. Leuchtspur Munition, erklärte Mike überflüssigerweise. Erneut ein Gong. Noch zwei Minuten. Im Moment schießen unsere eigenen Jungs. Mark klang immer noch, als würde er ihnen lediglich die aktuelle Uhrzeit durchgeben. Etwas Dunkles jagte an ihnen vorbei und rüttelte den Jet durch, ehe es steil nach oben ging. Zu steil. Lukes Magen meldete sich bedrohlich und auch Jasmine schluckte. Dann wieder eine Kurve, bei der Luke den Atem anhielt. Etwas schoss erneut über sie hinweg und sie wurden heftig hin und her geworfen. Rob hielt Katz handfest umklammert. Das war ein amerikanischer Kampfjet ergänzte Kat und blickte angespannt aus dem Fenster. Da kommt er zurück, der will uns nur helfen. Ich wünschte, er würde trotzdem Abstand halten, stieß Rob hervor. Ein weiteres Mal wurde der Jet durchgerüttelt. Aus der Pantry erklang ein lautes Krachen und von vorn ein schriller Alarmton. Die Cockpit-Tür musste aufgegangen sein, aber keiner stand auf, um sie zu schließen. Jays Flüche auf Pasto, in denen er das Flugzeug und seine Erfinder mit allen möglichen Tieren verglich, halfen nicht, Luke zu beruhigen. Erst jetzt bemerkte er, dass er ebenso wie Rob die Hand seiner Partnerin umklammert hielt. Er hasste es, auf andere angewiesen zu sein und nichts tun zu können. Jasmine schaffte es, ihm aufmunternd zuzulächeln. Mark ist ein guter Pilot und Jay hat auch einiges drauf. Mal abgesehen davon, dass er keine Lizenz hat. Jasmine lachte lachte leise. Als ob dich die Vorschriften sonst interessieren. Raymond hat ihn oft genug ans Steuer gelassen und das hätte er nicht getan, wenn er in Jays Fähigkeiten zweifeln würde. Wieder ein Gong. Wir sind im griechischen Luftraum. Zwei unserer eigenen Jets haben unseren Verfolgern klar gemacht, dass sie verschwinden sollen. Wir nehmen nun direkten Kurs auf eine amerikanische Militärbasis und landen dort. Nach den Manövern eben muss der Vogel vor dem Flug über die Berge durch gecheckt werden. Diese Verzögerung war zwar ärgerlich, aber das war nun mal ein Firmenjet und da der nicht für einen Luftkampf entwickelt wurden war, würde Luke sich deswegen bestimmt nicht beschweren. Wenige Augenblicke später verließ Mark das Cockpit. Er inspizierte sämtliche Abschnitte des Fliegers. Nur seine verschwitzten Haare zeigten, dass die letzten Minuten nicht spurlos an ihm vorbeigegangen waren. Direkt neben Luke blieb er stehen. Du weißt über die Sache mit Dom schon Bescheid? Ja, schöner Mist. Mit Rücksicht auf Jasmine und Kat verkniff er sich eine zutreffendere Bezeichnung. Wir werden das klären, Luke. Aber wir brauchen dich mit klarem Kopf, also hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Es ist nicht deine Schuld. Das nannte man wohl durchschaut. Zu mehr als einem knappen Nicken reichte es bei Luke nicht. Mark schien dies zu genügen. Während er seinem Boss nachsah, überlegte Luke bereits, wie sie sich wohl nach der Landung in Kunduz aufteilen würden. Ganz sicher würden sie nicht ruhig in irgendeinem Hotel warten, bis sie endlich auf eine verwertbare Spur stießen. Beim Landeanflug spürte Luke, wie dringend notwendig der Zwischenstopp war. Das Flugzeug sackte einige Male durch, aber sie behielten ihren Kurs bei. Trotzdem atmete er erleichtert auf, als sie endlich Bodenkontakt hatten und der Jet schlitternd zum Stillstand kam. Jay kam aus dem Cockpit und Luke war erschrocken, wie fertig sein Bruder aussah. Kreide bleich und völlig durchgeschwitzt. Plötzlich ertönte ein Pfiff. Es folgte ein gellendes Pfeifkonzert, das in Klatschen überging. Jay lief rot an, aber ihm war die Freude über den Empfang anzusehen. Bei Beth blieb er kurz stehen, gab ihr einen zärtlichen Kuss und flüsterte ihr etwas zu. Erst dann öffnete er die Tür und ließ die Gangway herunter. Mittlerweile stand Mark direkt hinter ihm. Er grinste Jay an und hielt ihm die Hand hin. Jederzeit wieder Jay. Bloß nicht, entfuhr es Jay. Marks Rang als Captain reichte, um auf der Basis für einigen Wirbel zu sorgen. Seine Befehle wurden so schnell ausgeführt, dass Luke ernsthaft überlegte, wann bei ihm die nächste Beförderung anstand. Scott grinste ihn schief an. Vergiss es, es ist nicht nur sein Rang, dazu kommen sein Auftreten und sein Ruf. Daran musst du noch arbeiten, Boss. Es ging doch nichts über enge Freunde, die einem die Gedanken ansahen. Obwohl er Scott recht gab, würdigte Luke dessen Kommentar keiner Antwort. Vielmehr interessierte ihn, worum es in dem Telefonat von Mark gegangen war, das er gerade beendet hatte. Plötzlich wirkte sein Vorgesetzter so grimmig, wie Luke ihn selten erlebt hatte. Was immer der Anrufer zu Mark gesagt hatte, es passte ihm nicht im geringsten. Mit einem schrillen Pfiff rief Mark die Mitglieder seines eigenen Teams zu sich, kaum dass er sein Handy weggesteckt hatte. Aber auch die Deutschen folgten seiner Aufforderung. Seht nicht nach einer geschlossenen Gesellschaft aus, sondern begann Scott. Mark sah ungeduldig zu ihnen rüber. Als ob wir zu spät zur Party kommen, beendete Luke den Satz und sprintete los. Obwohl Luke durch Marks düstere Miene bereits vorgewarnt war, traf ihn die Erklärung wie ein Schlag in die Magengrube. Der Einsatz in Osteuropa, der die Hälfte von Marks Team beschäftigte, drohte zu scheitern. Nicht nur das Ziel der Mission, auch das Leben seiner Männer war in akuter Gefahr. Mark hatte keine Wahl. Er würde zusammen mit Daniel und Pat aus seinem Team sofort losfliegen und seinen Leuten zu Hilfe kommen müssen. Mike, der neben Luke stand, fluchte leise. Die Jungs werden uns fehlen. Er sah zu Dirk, Sven und Alexander hinüber. Den deutschen Polizisten reichte Einblick zur Verständigung. Dann deutete Dirk auf Luke. Seine Entscheidung oder meinetwegen eure gemeinsame. Wir sind dabei, wenn ihr uns braucht. Ein Anflug seines sonstigen Humors zeigte sich bei Dirk. Wir sind zwar keine Seals, können aber garantiert mit einem FBI-Agenten oder Anwalt mithalten. Hey, das wäre noch zu klären, protestierte J sofort und die vorher spürbare Anspannung verflog. Mike sah Luke fragend an. Ich wäre froh, wenn sie dabei wären. Wir haben oft genug zusammen gearbeitet. Es macht wenig Sinn, Dirk und Sven auseinander zu reißen. Dafür sind die beiden zu sehr aufeinander eingespielt. Er wandte sich Alexander zu. Aber was ist mit dir? Solange Andi als als Ausbilder unterwegs ist, fehlt uns einer. Luke hat mit Rob und Kat schon genug Verstärkung. Bist du bei uns dabei? Klar nehme ich Andis Position ein und sage dir, wo es lang geht, Mike. Wieder leises Lachen. Luke schaute kurz zu Mark hinüber, der ihm kaum merklich zunickte. Dann ist das KSK-Team wieder vollständig. Wir sind mit Rob und Kat genug. Damit können sich das FBI und das LKA in Kundus um die verdammten Verbrecher kümmern. Samira starrte auf das Display ihres Handys, als ob sie es damit beschwören könnte, ein Netz anzuzeigen. Natürlich funktionierte das nicht. Sonst hätten diese verdammten Schweine ihr das Telefon auch kaum zurückgegeben. Nun hatte sie die Wahl. Mit dem nutzlosen Ding Musik hören, spielen oder es an die Wand werfen. Sie waren mitten im Nirgendwo und trotzdem hätte ihr Handy Empfang haben müssen. Es gab nur eine mögliche Erklärung und die jagte ihr einen Schauer über den Rücken. In der Nähe musste ein Störsender aktiv sein. Das hieß dann auch, dass von ihren Sendern, die eigentlich ihren Standort übermitteln sollten, kein Signal einen der potenziellen Empfänger erreichte. Samira ballte die Hand zur Faust. Es half nichts. Sie mussten einen Ausweg finden. Immerhin konnte sie sich frei bewegen und das war schon mal ein Anfang. Auf wobei das eigentlich hauptsächlich für Samira galt. Murat und Andi waren sofort für Ausbildung und Training der Männer eingespannt worden. Seit ihrer Ankunft auf dem verlassenen Außenposten hatten sie nicht mehr miteinander reden können. Aber sobald die Sonne unterging, würde sich das ändern. Bis dahin konnte Samira entweder untätig rumsitzen und die Umstände verfluchen oder auf Erkundungstour gehen, um nach Fluchtmöglichkeiten zu suchen. Keine Frage, wofür sie sich entscheiden würde. Das Zimmer, das man ihr zugewiesen hatte, war einfach eingerichtet, aber sauber. Durch das Fenster konnte Samira den weitläufigen Innenhof sehen. Rechts standen die Fahrzeuge, streng bewacht von einigen bewaffneten Männern, die im Moment jedoch in der Sonne dösten. Der Amerikaner, der anscheinend der Anführer war, hatte ihnen klargemacht, dass sie sich überall frei bewegen konnten, sich den Fahrzeugen jedoch besser nicht näherten. Die Männer hatten den Befehl, sofort zu schießen, wobei Samira sicher war, dass Murat, Andi und sie selbst mit den gelangweilten Kernen problemlos fertig werden würde. Danach würde es jedoch kompliziert werden. Rund 30 Männer hatten auf Murat und Andi gewartet. Dazu kamen noch zwischen 8 und 10 weitere, die anscheinend etwas zu sagen hatten und teils Amerikaner, teils Afghanen waren. Denen zu entkommen würde schon schwieriger werden. Eine direkte Konfrontation konnten sie ohne Waffen eigentlich nur verlieren. Der einzige Ausweg war, sich zu vergewissern, dass die Wagen fahrbereit waren, sich einen zu schnappen und den Rest zu zerstören. Dies ohne Waffen und Sprengstoff hinzubekommen, wäre eine Herausforderung, aber nicht unmöglich. Samira griff nach einer Plastikflasche mit Wasser und verließ das Zimmer. Etwas entfernt lagen die Räume, die Murat und Anja bekommen hatten. Dort war später hoffentlich eine ungestörte Abstimmung zwischen ihnen möglich. Abhörgeräte hatte Samira in ihrem Zimmer nicht gefunden und sie bezweifelte auch, dass Wanzen beim Einsatz eines Störsenders funktionierten. Sicher war sie zwar nicht, aber das würde hoffentlich einer der Männer wissen. Sie konnte es kaum erwarten, bis sie in Ruhe miteinander reden konnten. Denn eines war klar, sie würden dieses Theater nicht länger mitspielen, wenn Dom in akuter Gefahr schwebte, ganz egal, wie ungünstig die Voraussetzungen waren. Zwei Stunden später kannte Samira jeden Winkel des Geländes und war auf ein zusätzliches Problem gestoßen. Mindestens zehn weitere Afghanen waren auf dem Gelände mit Hilfsarbeiten aller Art beschäftigt und Samira konnte nicht einschätzen, wie sich diese Männer bei einem Konflikt benehmen würden. Ihr Gegenüber waren sie zurückhaltend freundlich aufgetreten, aber das konnte sich schnell ändern, wenn eine richtige Auseinandersetzung drohte. Obwohl es bereits später Nachmittag war und die Sonne bald von den Bergen verdeckt werden würde, war es immer noch drückend heiß. Sand knirschte unter ihren Schuhen, als sie einen kleinen Hügel erklomm. Von dort aus würde sie das Trainingsgelände überblicken können. Samira erwartete sich davon zwar nicht sonderlich viel, schließlich waren Andi und Murat direkt vor Ort, aber sie war schlicht und einfach neugierig und für jede Ablenkung von der Sorge um Dom dankbar. Schon nach einigen Metern konnte sie die flache Ebene sehen, in der Murat und Andi die Möchtegern-Söldner-Truppe trainierten. Die laufenden Nahkampfübungen quittierte sie mit einem Kopfschütteln. Ausbildung und Kenntnisse der Afghanen waren unterirdisch. Zum Glück. Wenn sie das Vorgehen der beiden angeblichen Ausbilder richtig interpretierte, waren Andi und Murat vor allem daran interessiert, die Männer an ihre körperlichen Grenzen zu bringen. Diese wären dann am Ende des Tages kaum noch ernsthafte Gegner. Aber auch ein ungezielter Schuss konnte verheerende Auswirkungen haben. Ausbildungsstand hin oder her. Allein durch die Anzahl ihrer Widersacher standen sie vor einem ernsthaften Problem, das sie lösen mussten. Überrascht stellte Samira fest, dass der Hügel steiler war als gedacht. Ursprünglich hatte der Pfad, auf dem sie lief, wohl ganz nach oben geführt, war aber irgendwann vermutlich bei einem Regenschauer weggeschwemmt worden. Kritisch betrachtete Samira das letzte Teilstück. Eigentlich gab es keinen Grund, den Rest des Hügels zu erklimmen. Trotzdem wollte sie ihr Ziel unbedingt erreichen. Langsam und vorsichtig nach oben zu klettern, würde Ewigkeiten dauern. Dafür fehlte ihr die Geduld. Es gab jedoch ein oder zwei Stellen, die vielversprechend aussahen. Sie sprang ab, wäre fast weggerutscht und fand im letzten Moment ihr Gleichgewicht wieder. Sie visierte die nächste Stelle an. Noch so ein Sprung und sie hatte es geschafft. Rasch sah sie sich um, aber niemand war in ihrer Nähe. Noch einmal fragte sie sich, warum sie unbedingt ganz nach oben wollte. Vielleicht eine Folge ihrer Ausbildung, in der ihr eingetrichtert worden war, sich immer als erstes einen kompletten Überblick zu verschaffen. Rutschend und fluchend erklomm sie das letzte steile Stück. Sie erhaschte gerade noch einen Blick auf das erstaunlich große Plateau, das es hier oben gab. Da ertönte ein leises Piepsen aus ihrer Jeans. Gleichzeitig warf sich ein Mann auf sie. Rückwärts ging sie zu Boden und landete bedrohlich nah an der Kante zum Abhang. Instinktiv zog sie Arme und Beine an und stieß ihren Angreifer von sich. Der Kerl taumelte zurück und sie nutzte den Freiraum sofort. Blitzschnell war sie wieder auf den Beinen und trat zu. Beide Hände auf den Magen gepresst, brach der Mann in die Knie. Neben ihm auf dem Boden lag ein Gewehr. Samira riss es an sich und schlug ihn mit einem Hieb gegen die Schläfe bewusstlos. Die nächsten Minuten würde sie ihre Ruhe haben. Erstaunt betrachtete sie das amerikanische Sturmgewehr in ihrer Hand. Wieso hast du das nicht benutzt? Murmelte sie leise vor sich hin. Vermutlich dachte der Typ, bei einer Frau braucht er das nicht und wollte noch etwas Spaß mit dir haben. Selbstgespräche waren eins. Unerwartete Antworten etwas ganz anderes. Mit dem Gewehr im Anschlag wirbelte Samira herum. Sie hatte ihr Ziel noch nicht einmal richtig ausgemacht, geschweige denn anvisiert, da wurde der Lauf der Waffe zur Seite gedrückt und Samira landete erneut auf dem Boden. Dieses Mal jedoch wesentlich sanfter. Hör mir erst mal zu, ehe du auf mich losgehst und bleib unten. Es wäre zwar wirklich gewaltiges Pech, wenn uns die Mistkerle hier entdecken würden, aber möglich wäre es. Und dann haben wir beide ein Problem. Samira fand den Fremden mit den braunen Haaren, die ins rötliche gingen und dem frechen Grinsen eigentlich nicht sonderlich bedrohlich. zumal er etwas zurückwich und ihr seine leeren Hände zeigte. Reden oder kämpfen. Es war verrückt, aber sie konnte nicht anders, als sein Grinsen zu erwidern. Entscheide ich, nachdem wir geredet haben. In Ordnung. Erstmal danke, dass du diesen Idiot ausgeschaltet hast. Von meinem Versteck aus kam ich einfach nicht unbemerkt an ihn ran. Schön, dass ich dir helfen konnte. Wer bist du? Und wieso ist hier oben ein Wachposten? Schlagartig fiel ihr das leise Piepen ein. Na klar, hier oben funktioniert der Störsender nicht und man hat Handy empfangen. Deshalb also. Ganz genau, Murat und Andi sind auch schon drauf gekommen. Murat muss hier ebenfalls hochgeklettert sein, denn ich habe sein Signal empfangen und konnte euren Standort anpeilen. Da mein Bruder damit beschäftigt ist, Dom zu finden, bin ich eben losgejagt, um zu sehen, wie ich euch hier helfen kann. Dein Bruder? Dann bist du Kalil. Hat euch das noch nicht erwähnt? Obwohl es eigentlich wirklich nicht angebracht war, prustete Samira los. Der Junge war unbezahlbar, wobei Junge nicht zutraf. Er war bestimmt schon Mitte 20. Nein, die Vorstellungsrunde haben wir ausgelassen. Sorry, aber dann kann ich dich ja jetzt auf den neuesten Stand bringen, Sam. Wenn er sogar ihren Namen kannte, war er anscheinend wirklich bestens informiert. Schon nach seinen ersten Sätzen atmete sie auf, als sie hörte, dass mit Luke und sogar den Hamburgern Verstärkung unterwegs war. Ihre Erleichterung verflog jedoch sofort, als sie an Dom dachte. Offenbar konnte der junge Afghane Gedanken lesen. Wir wissen noch nicht, wo er ist, aber das finden wir raus. Ein guter Freund von mir ist war seitig auf den Fersen und Hamid ist auch unterwegs. Sobald sie ihn gefunden haben und alle unsere Truppen in Stellung gebracht sind, schlagen wir los. Wir haben drei Ziele. Erstens mit diesem Mist hier aufzuräumen und den Söldnertrupp zu zerschlagen. Zweitens Dom zu befreien und drittens werden die Deutschen zusammen mit Jay und Kundus dafür sorgen, dass die amerikanischen Hintermänner nicht entwischen. Das klang einfacher, als es werden würde. Trotzdem hörte es sich für Samira ausgesprochen gut an. Endlich gab es zumindest Ansätze eines Planes und das Warten würde bald ein Ende haben. Kalil seufzte leiser. Eine Frage ist noch offen. Ich wollte das Luke vorhin am Telefon fragen und habe es vergessen. Was ist mit der Fracht, auf die die Kerle warten? Samira erkannte sofort, worauf er hinaus wollte. Der Container trifft morgen ein. Ohne mich kommen sie jedoch nicht an die Ware ran. Ach Mist, so schnell schon? Das ist nicht gut. Wenn diese Typen haben, was sie wollen, bist du überflüssig. Also pass auf. Das KSK-Team ist unterwegs hierher und die Seals wollen Dom finden. Aber das dauert noch. Wenn wir losschlagen, um dich raus zu hauen, ehe Dom in Sicherheit ist, na du weißt schon. Ich kann auf mich selbst aufpassen, fuhr sie ihn an. Das habe ich schon gesehen. Darum geht es nicht, Sam. Andi und Murat werden keinesfalls tatenlos zusehen, wie sie dir eine Kugel in den Kopf jagen. Das Timing ist beschissen, aber wir werden es hinbekommen. Wenn es geht, informiere Andi und Murat über unser Gespräch. Ich lasse den Idioten hier verschwinden. Er deutete auf den Mann, der immer noch reglos auf dem Sobald es was Neues gibt, nehme ich Kontakt mit euch auf. Samira fragte weder nach, wie er den Kerl verschwinden lassen wollte, noch wie es ihm gelingen sollte, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, sondern nickte Noah. Entschuldige, dass ich eben so heftig reagiert habe. Kalil grinste Noah. Ich verstehe ja deine Angst um Dom. Mir würde es ebenso gehen, wenn es um ein Schatten zeigte sich kurz auf seinem Gesicht. Dann lächelte er wieder. Wir bekommen das hin, Sam. Werden wir. Und sobald Ruhe eingekehrt ist, möchte ich alles über deine Freundin erfahren. Verständnislos sah er sie an, ehe er lächelte. Und das hast du aus einem so unbedeutenden Versprecher abgeleitet? Du bist genauso schlimm wie Jasmine. Aber nun geh lieber zurück, ehe sie uns beide hier doch noch entdecken. Das war natürlich auch eine Art, das Thema zu beenden. Der Rückweg zu den Gebäuden fiel Samira nun wesentlich leichter. Endlich gab es einen Hoffnungsschimmer. Sie hatte ihr Zimmer fast erreicht, als einer der amerikanischen Aufpasser auftauchte und ihr den Weg versperrte. Mit dem kurzen Bürstenschnitt und dem muskulösen Körperbau war er eine auffallende Erscheinung und ihr körperlich deutlich überlegen. Eine Auseinandersetzung mit ihm würde sie verlieren, denn so wie er sich bewegte, kannte er sich im Nahkampf bestens aus. Seine Kumpanen hatten ihn Greg genannt und bisher hatte sie ihn stets grimmig erlebt. Auch jetzt sah er aus, als würde er gleich zuschlagen. Wo waren sie? Bin nur draußen etwas rumgegangen. Hier drinnen fiel mir die Decke auf den Kopf. Ich habe gesehen, dass sie in Richtung des Hügels gelaufen sind. Dann waren sie außer Sicht. Wo genau waren sie? Ich bin dem Pfad ein Stück bergauf gefolgt. Aber dann wurde es zu steil und ich bin umgekehrt. Was sollen diese Fragen? Wo soll ich denn hier schon hin? Ihr Handy sofort! Sie hob ihr Kinn höher und zog das Handy aus der Hosentasche. Wenn sie mich so nett darum bitten, aber ich will es zurück haben. Die Spiele und die Songs darauf sind das einzige, was mich hier davon abhält, durch zu drehen. Von ihrer Beschwerde ungerührt sah Greg die Liste der Anrufer und Text Nachrichten durch, fand aber nichts. Schließlich nickte er. Halten Sie sich von dem Hügel fern. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen was passiert. So spät, du Neandertaler. Als ob dieser Mistkerl sich wirklich um ihre Gesundheit sorgen würde. Natürlich, kein Problem, sie riss ihm das Mobiltelefon aus der Hand und drehte sich auf dem Absatz um. Mit der Schulter gegen die Wand gelehnt, suchte Dom nach einer bequemeren Position. Sitzen war zwar besser als stehen, aber durch die auf den Rücken gefesselten Hände immer noch weit entfernt von einer erholsamen Haltung. Ein weiteres Mal blickte er durch den Spalt zwischen den Mauersteinen, bis seine Augen brannten. Immerhin kannte er jetzt ein paar Details der Umgebung und sein Plan stand fest. Da er keine Alternativen hatte, außer zu warten, bis entweder die Mistkerle oder der Durst ihn töteten, würde er die Flucht riskieren. Mehr als ihn umbringen konnten sie nicht, und das würden sie auch tun, wenn er nicht floh. Endlich verschwand die Sonne hinter den Bergen, und eine Dämmerung, die innerhalb kürzester Zeit in tiefe Dunkelheit übergehen würde, senkte sich über die Landschaft. Darauf hatte er gewartet. Die Temperaturen waren immer noch hoch, und der Durst quälte ihn zusätzlich. Immer wieder musste er an Samira denken. Ob sie im Moment Ähnliches durchstehen musste? Energisch verbat er sich diesen Gedanken. Wenn er Erfolg haben wollte, musste er sich auf seine Flucht konzentrieren. Seine Lippen waren schon vor Stunden aufgeplatzt. Immer wieder schüttelte ihn ein trockener Husten, und seine Zunge lag wie ein Fremdkörper in seinem ausgedörrten Mund. Wenn er das ändern wollte, musste er noch einmal all seine Kräfte mobilisieren. Das würde ihm gelingen, denn eine stärkere Motivation als den Wunsch zu überleben gab es nicht. Kurz schoss ihm durch den Sinn, dass Luke diesen Plan für absolut wahnsinnig halten halten würde. Später konnte sein Bruder ihm dann ja gern erklären, wie er aus dieser Situation rausgekommen wäre. Am besten bei einem kühlen Bier auf der Terrasse. Allein die Vorstellung brachte Domfass zum Stöhnen, und er verdrängte die verführerischen Bilder aus seinen Gedanken. Die verdammte Konzentrationsschwäche musste an dem Flüssigkeitsmangel liegen. Vermutlich waren auch die höllischen Kopfschmerzen ein ernsthaftes Warnzeichen, auf das er jetzt jedoch keine Rücksicht nehmen konnte. Geduldig hatte er das Seil an seinen Handgelenken über einen der hervorstehenden Steine gerieben, bis es zwar nicht riss, aber weiter nachgab. Erst hatte er geflucht, als auch die Haut der ständigen Belastung nachgab und blutete. Dann hatte er jedoch gemerkt, dass sich der durchweichte Strick nun die entscheidenden Millimeter dehnte, die er brauchte, um seine Hände zu befreien. Aus Angst entdeckt zu werden, hatte er bis zur letzten Sekunde gewartet, um die Fesseln loszuwerden. Aber jetzt war es so weit. Stechende Schmerzen schossen durch seine Schultern, als er seine Arme endlich wieder frei bewegen konnte. Erster Punkt erledigt. Jetzt würde sich rausstellen, ob richtig war. Mit beiden Füßen stemmte er sich gegen einen Stein, der gleich an drei Seiten von fingerdicken Spalten umgeben war. Zunächst tat sich nichts, dann bewegte sich der kleine Felsbrocken. Wenn es Dom gelang, ihn rauszuhebeln, würden vermutlich noch einige andere Steine mit rausfallen und ein Loch entstehen, das groß genug war, um hindurch zu schlüpfen. Soweit die Theorie. Es war Zeit zu überprüfen, wie es mit der Praxis aussah. Das verdammte Ding bewegte sich weiter, aber es war noch nicht genug. Ein weiteres Mal stemmte sich Dom mit aller Kraft gegen den Widerstand. Ein lautes Knirschen ertönte. Das konnten seine Gegner nicht überhört haben. Diese Erkenntnis jagte genug Adrenalin durch seine Adern, um noch einmal zuzustoßen. Jetzt hatte er Erfolg. Mit einem dumpfen Poltern lösten sich einige Steine. Staub stieg auf. Hustend und nach Luft ringend zwängte sich Dom durch die entstandene Lücke. Zeit für den zweiten Teil seines Plans. Bisher hatte er Glück gehabt. Nun jedoch würde er ein kleines Wunder brauchen. Statt den Abhang hinunter zu rennen und sich möglichst schnell von dem Lager zu entfernen, warf er lediglich eine Handvoll Steine in die Richtung. Wenige Meter neben dem Gebäude, in dem er eingesperrt gewesen war, schmiss er sich hinter einem Felsen zu Boden und wagte kaum zu atmen. Laute Stimmen! Und dann... Am liebsten hätte er triumphierend aufgeschrien. Die Männer, die zum Teil Taschenlampen in den Händen hielten, jagten in der Dunkelheit tatsächlich in die falsche Richtung. Er sprang auf und lief um das Gebäude herum. Dort gab es eine offene Feuerstelle, vor der nur zwei Männer standen und miteinander sprachen. Sie drehten ihm den Rücken zu. Besonders besorgt schienen sie über seine Flucht nicht zu sein. Umso besser. Seine einzige Waffe war ein faustgroßer Stein, den er fest umklammert hielt. Der musste reichen. Dom sprintete auf die beiden zu, die viel zu spät reagierten. Den ersten erwischte er mit einem Schlag direkt an der Schläfe. Der zweite war schon zurückgesprungen und damit außerhalb seiner Reichweite. Das würde kompliziert werden. Dom hatte den Gedanken kaum zu Ende gebracht, da tauchte hinter seinem letzten Gegner ein weiterer Mann auf. Resignation breitete sich in Dom aus. Ohne den Überraschungsmoment hatte er gegen zwei Männer gleichzeitig kaum eine Chance. Aber Dom hatte sich geirrt. Nicht er war das Ziel des dritten Mannes, sondern sein ursprünglicher Gegner. Der Unbekannte verpasste dem anderen mit dem Gewehr einen Schlag ins Genick. Bewusstlos sank der Mann zu Boden. Los komm, wir müssen hier verschwinden, befahl der Unbekannte auf Englisch. Dom konnte im Schein des Feuers nur erkennen, dass der Mann ein Gewehr über der Schulter und eine weitere Waffe am Oberschenkel trug. Er hatte keine Ahnung, wer der Typ war. Aber keine Zeit, später, ewig werden die sich nicht von deinem Trick täuschen lassen, und dummerweise steht mein Wagen genau dort, wo sie dich vermuten. Also komm jetzt und frag später. Dom griff nach zwei Plastikflaschen mit Wasser, quetschte eine in den Bund seiner Jeans und nahm noch einen Stoffbeutel mit, der auf dem Boden lag. Er wusste selbst nicht, warum er das tat, aber das Gewicht würde ihn kaum behindern. Erst dann folgte er dem Mann, der auf seiner Seite zu sein schien, in die Dunkelheit. Eine dumpfe Explosion erschütterte die Gegend. Dann sahen sie in einiger Entfernung einen Feuerschein. Dein Wagen erkundigte sich Dom und hielt sich bereits eine der Wasserflaschen an die Lippen. Tja, das wird dann ein längerer Spaziergang. Nicht zu viel auf einmal trinken, sonst kotzt du das Wasser nur wieder aus. Ich weiß, nur kleine Schlucke. Obwohl Dom die Regeln kannte, setzte er die Flasche nur widerwillig ab und tastete dann schnell den Inhalt des Beutels ab. Sehen konnte er in der Dunkelheit nichts, aber was er fühlte, gefiel ihm. Getrocknetes Fleisch, ein Messer, könnte mein eigenes sein, und etwas Brot. Besser als nichts, in dem Lager war ein Störsender aktiv. Wir müssen unbedingt. Ohne Vorwarnung warf sich sein Verbündeter auf ihn und riss ihn zu Boden. Ehe Dom auch nur an Gegenwehr denken konnte, erklangen Schüsse und Kugeln schlugen dicht neben ihnen ein. Zu dicht. Sein unbekannter Retter zuckte zusammen, stöhnte auf und er schlaffte dann.